Spätwinterlich kalt in Minus 3 Grad im Rietal und sogar Minus 6 Grad in Lärchdommer haben wir heute Morgen keinen. Ja und der Winter, der verabschiedet sich jetzt noch nicht. Der kommt nämlich am Montag noch einmal so richtig auf ins Zuhause und damit heu miteinander zum neuen Wettering Regionalwetter. Ja der heutige Freitag, der bringt noch einmal einiges an Sonnenski, aber im Verlauf vom Nachmittag dazu ein paar hohe Wolkenferle da über Vorarlberg drüber, dann können die Sonne ein bisschen abschattern und die Temperaturen schaffen es gerade einmal knapp über die 10 Grad drüber. Der morgige Samstag, der wird dann um einiges milder, eine ganz leichte Föntendenz spürt man in der Berg. Ja und die Temperaturen, die erreichen sogar am Nachmittag in der Tallage im Rietal, Walgaum, Vorderbräger, Zerwalze zwischen 12 und 15 Grad und in 2000 Meter wird es auch noch recht mild mit bis zu 4 Grad plus. Aber am Sonntag, da ändert sich denn die Wetterlage nachhaltig. Am Vormittag wird es wahrscheinlich noch vorübergehend trocken sein, aber ab einem späten Vormittag oder Mittag, da kommt ein Kaltfrontofis zu und der bringt uns am Nachmittag und Abend stark hin in den Schlägen. In den Bergdamm, da sinkt die Schneefallgrenze von Anfangs 1200 Meter bis zum Abend, da auf etwa 600 Meter, also wahrscheinlich schon bis in Vorderbräger zur Wald oder Walgau. Und in der Nacht auf den Montag, da kann es dann sogar schon bis ins Rietal auch schneiden. Der Winter, der schlagt also noch einmal richtig zu. Am Montag erwachen wir mit so einem Frühwert um die 1 Grad. Es heißt, es schneit bei einem Grad, auch im Rietal Luna wahrscheinlich. Und es könnte sich, wenn die Niederschläge richtig erstaunen, sogar eine Schneedecke ausgehen. Im Rietal Luna von über 5 Zentimeter und in der Bergkonne etwa 20 Zentimeter. Neue Schnee dazu, wenn wir in dieser Animation auch schön sehen. Und danach, da beruhigt sich das Wetter wieder ein Klee. Es dürfte bis zur Wochermitte eher stabil sein, aber kalte Temperaturen, vor allem in der Morgenstunde, minus 3 Grad umeinander im Rheintal und auf 2000 Meter so um die minus 10 Grad. Also der Winter, der blieb durchs jetzt noch ein Halter. Und wahrscheinlich den ersten Mitte April inne dürft es frühlingshafter und milder werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne durchs ein Like, abonnieren durchs auf YouTube, Instagram und Facebook. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschöses Wochenende. Mein Name ist Lukas Alton. Ciao miteinander. Ich wünsche euch jetzt noch ein Wunderschöses Wochenende. Ich wünsche euch jetzt noch ein Wunderschöses Wochenende.